Sie wollen sich flexibel und erfolgreich auf Ihre Prüfung Heilpraktiker Psychotherapie vorbereiten? Dann sind Sie richtig. Sie wünschen sich einen professionellen Online-Kurs, der von erfahrenen Dozenten als Live-Unterricht gestaltet wird. Einen Vorbereitungskurs, in dem Ihre Fragen kompetent beantwortet werden und in dem Sie sich bequem mit anderen Teilnehmern vernetzen können. Dann finden Sie bei uns das, was Sie suchen. Jedes Jahr, im März und im Oktober, beginnen an unterschiedlichen Wochentagen je zwei Tages- und zwei Abendkurse. Das bedeutet, Sie können zwischen den verschiedenen Tages- und Abendkursen flexibel wechseln, je nachdem, welcher Termin für Sie zeitlich günstiger ist. Und darüber hinaus Kurseinheiten auch mehrfach besuchen. Unabhängig davon, in welchem Bundesland Sie wohnen oder sich vorübergehend im Ausland aufhalten, können Sie ganz bequem von zu Hause aus unser Kursangebot nutzen. Unsere Prüfungsvorbereitungen werden von einem gut strukturierten und regelmäßig aktualisierten manuellen sowie Originalprüfungsfragen begleitet. Profitieren Sie von unserer bald 30-jährigen Erfahrung. Eine Zeit, in der wir bundesweit mehr als 5000 Personen erfolgreich auf diese Überprüfung vorbereitet haben. Und so würde ich mich freuen, Sie demnächst in einem unserer Kurse begrüßen zu können. Wenn Sie Fragen haben, dann beantworten wir Ihnen diese gerne. Telefonisch oder Sie besuchen eine unserer regelmäßig stattfindenden Online-Informationsveranstaltungen. Die Termine hierfür und den Zoom-Zugangscode finden Sie auf unserer Website. Die Termine hierfür und den Zoom-Zugangscode finden Sie auf unserer Website.